ARD Text im Auftrag von Funk Was tun Sie denn da? Ich lese grad. Ah, das hab ich eh vermutet. Und was tun Sie denn da lesen? Ich lese meine Mundart-Gedichte. Das haben Sie mal erzählt. Das ist ein Hobby von Ihnen. Das ist Mundart-Gedichte-Schreiben. Das sind sie mir eh mal erklärt. Das sind so Gstanzeln. Nur ohne Musik und ohne Melodik. Und gesungen wird auch nicht. Das ist eher so ein Restlesen. Das ist so... Ein Restl schmeckt eh gut. Wie klingt das? Können Sie mir mal eins? Mal eins hören? Bitte, wie klingt das? Ja, bitte. Jetzt wirst du dich ausprobieren. Wenn Sie das schnallen, dann schnallen sie alle. Aber ruhig sein, gell? Ist meine Stärke, bitte. Ich hab einmal eine Freundin gehabt, die war voll fad. Wollt nie was tun, immer nur schlafen und ausrasten. Wollt wissen, wie die Kassen hat? RUT! Sie müssen sich noch vorstellen für Facebook. Für die Facebook-Seite. Was? Jeder Mitarbeiter muss sich auf Facebook vorstellen. Ich hab das schon gemacht. Sie noch nicht. Und die soll sich filmen. Was muss ich da tun? Persönlich sein, erzählen und freundlich sein. Und ich film sie mit dem iPad. Ah, freundlich, das ist schwer. Mit dem filmen Sie mich. Ja, ja, ja. Haben Sie ein Bandl drin? Ja? Ja. 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 Grüß Gott. Ich bin der Herr Schreiner. Ich komme aus Oberösterreich und mein Werbeslogan lautet Ihre Sorgen hab ich schon. Ja, was gibt's? Ah ja, meine Hoppes sind Mutterkredichte schreiben und ich hab mit Stammbuchsprüche. Warte, da hab ich einen ganz schönen, vor einer Tirolerin hab ich einen Stammbuchspruch, einen ganz schönen Moment. Da hab ich... Es pischt die Ziege in die Wiese, es pischt ins Gras die braune Kuh, es pischt ins Hemd die kleine Liese, in meinem Herzen pischt nur du. Übrigens, ich mach auch bei Geburtstagsfeiern für Kinder, mach ich immer so Luftballon-Tiere, da hab ich jetzt ganz schön Luftballon-Tiere. Hinter meinen Rücken ohne hinschauen schau ich gar nicht hin. Schau ich nicht hin, schau ich nicht hin. So, schau ich nicht hin. So, schau ich nicht hin. Einmal noch vier, schau ich hin. Einmal noch vier, und jetzt gleich hab ich's gleich. Einmal ist da das Schlange. Ah, Blödsinn. Nein, jetzt. So, jetzt. So, und einmal noch. Das ist aber kein normaler Hund, sondern es ist ein Hund an der Leine. Kannst du spazieren geh. Danke für die Aufmerksamkeit. Eine neue Sprache. Eine Bewertungssprache. Merken Sie das nicht, dass bewertet wird? Ja, absolut. Meine Frau zum Beispiel. Meine Frau, die schaut im Internet immer nach, ob ihr der Urlaub gefallen wird. Wirklich, wo? Bei Holiday Check. Da wird alles benotet von eins bis fünf. Wenn der Sonnenaufgang mehr als vier hat, bucht sie sofort. Letztes Mal hat's bucht ein Haus mit Garten und Birnbaum. Sonnenaufgang 4,7. Hat sich schon bucht. Na, und wie haben Sie reagiert? Ja, mir war's recht. Das war unser Haus. Sie haben das eigene Haus bei Holiday Check rein? Hab ich eingestellt, ja. Ja, weil ich fahren nämlich nicht gern weit fuhrt. Und zwei Freunde von mir waren so nett und haben mir den Sonnenaufgang auf 4,7 bewertet. Okay. Hat sich schon bucht. Es war ein Gaudi am Abreisetag. Wir steigen im Wohnzimmer, sie sagt zu mir, ich bin gespannt, wie's dort ausschaut. Hab ich die zwei Koffer genommen und bin rausgegangen. Hab ich die zwei Koffer zum Birnbaum hingestellt. Hab ich gesagt, so schaut's da aus. Fühl dich wieder heim. Und was war dann? Ich hab so viel gelacht. 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 Also meine Frau nicht so. Meine Frau hat mich runtergestuft auf minus 2,3. Ich hab so viel gelacht. Nein! Nein! Das ist der Abschluss. Ich bin... Ich krieg jetzt auch Migraine. Nein! Ich mein, ich bin der Einzige, der es ernst nimmt. Wer hat denn da diese Hauseignummer? Aber wir sind nicht da so deppert, dass der da oben ist. Meine Steine können springen. Das ist mir schon wurscht. Leute, das war der Höhepunkt der Sendung. Ja, das war er. Einen kleinen geistigen Ausflug in die Stadt Varanasi, am indischen Subkontinent. Und hier ist vor einigen Jahren der Verbrauch von Kondomen plötzlich sprunghaft angestiegen. Und jetzt möchte ich von euch wissen natürlich, warum. Wenn man die Kondome anfüllt, das sind genau 10 Decker. Also in meinem Fall jetzt. In meinem Fall jetzt 20 Decker. Ja, oder 25 Decker. Ich weiß ja nicht. 10 Decker angefüllt. Das sehen Sie ja auch. Alter Schwede. Aufgeschnitten oder in der Kondome. Samt der Wurst. Samt der Wurst, den Decker. Günther. Ja, ich kenn mich ja nicht aus. Nein, es kommt noch drauf, ob es nicht weiß, seine Wurst tut. Wollen Sie es im Kondom oder essen Sie es? Das ist eine interessante Frage. Wie wiegt man das? Vorher hat es einen Geben, der hat einen Watt gehabt. Das war der einzige Geben. Wie legst denn das drauf? Na ja, so. Nein. Nein, Kondom. Wer hat jetzt was abgewogen, die 10 Decker da? Nee, es ist wurscht. Macht ihr weiter. Ja, es ist so ganz nett. Siehst du, und deswegen habe ich vorher gesagt, Österreich ist wurscht. Ja. Ich habe ja beim Liebsten, wenn er schmalt. Wenn er schmalt, ist er beim Liebsten. Ich bemühe mich da, ja. Da fährt er nach, ja. Nein, es ist nicht schön. Ich bin gut. Ich habe es geschafft. Jetzt komme ich sonst. Sieh mir wieder gut. Kriegst du einen Teck? Kriegst du einen Teiler? Ich hätte gern. Den Nasensuppt so war mir lieber. Nein, 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 den brauche ich, den behalte ich mir. Aber du brauchst jetzt nicht genieren, nach 14 Jahren Ehe zu entdecken. Das ist absolut toll. Liebe Kinder. Aber das 15. Ehe, ja, lebt er nimmer. Wahnsinn. Bitte rett weiter. Ich sage nichts mehr. Ich habe schon total vergessen, was die Frau gesagt hat. Warum es zu einem sprunghaften Anstieg des Kondomverbrauchs in der indischen Stadt Varanasi am Ganges gekommen ist. Das Puff hat aufgemacht. Feierliche Äußerung. Es sinkt ein Chor des Realgymnasiums. Der Fleisch hat gerade aufgemacht. Die haben neue Knacker gebraucht und die haben das dann angewogen und dann... Die Knacker. Wahnsinn. Kinder, die Haut aber nicht essen. Ich weiß nicht, Mama, die Haut schminkst du nur wie Erdbeer. Nein, nein, es ist Bananeöl. Hör auf jetzt. Hat der Vater schon wieder die Furcht gekauft. Ich fühle mich wohl in meinen Ortenklamotten. Ja, aber du darfst mich nicht noch dafür verhöhnen, dass ich die Sachen anziehen muss. Das tut dann doppelt weh. Geht's jetzt um, was geht's jetzt ums Ding der Woche, oder? Weil wir reden vom Gwaunt hei. Wo sind wir da? Wir sind's Mauner. Weil wir... Weil die reden eine halbe Stunde übers Gwaunt. Der trägt mich aus. Das rächt's mir. Das ist ja auch. Ich fass's nicht mehr. Ich fass, ich fühle mich heut nicht. Du brauchst nicht. Du brauchst nicht, ja. Du brauchst nicht. Du brauchst nicht, ja. Du brauchst nicht. Du kommst schon so her. Du gehst mir kein Risiko ein. Nein, ich bin froh, wenn mir was passt. Das ist gut. Ich hab ja ein dickes. Ein etwas dickeres. Das ist Gottes Willen jetzt. Verdammt. Ich hab' ja mal gesagt. Du kommst schon. Guten Morgen, wir bringen die Blumen. Wo sollen denn die eingepflanzt werden? Das nennen sie Blumen? Das sind die reinste Fließbandware. Sieht ja eins aus wie das andere. Sind die genmanipuliert? Es ist so wie abgesprochen. Was haben Sie denn da für einen Dünger genommen? Diese armen Rotortenpflänzchen. Schauen Sie, ich mache nur mehr Arbeit. Wo sollen denn die Pflanzen jetzt hin? Keine Ahnung, am besten zum Sondermöhen. Und sollen wir die jetzt einpflanzen oder nicht? Damit wir die Massenzüchtungen noch unterstützen, nein, 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 das bestimmt nicht. Und was machen wir jetzt damit? Ja, die Weiber sind ein Wahnsinn. Und wissen Sie, was das jüngst ist bei den Weiber? Was denn? Dass sie alle abnehmen wollen. Wirklich? Das sind alle zautiert, das gibt es oft gar nicht. Unrengst habe ich mich kennengelernt. Ich weiß so, wenn sie dich auszieht, glaubst du, sie ist heimgegangen. So ein Dreck. Glaubst du, ist da noch einer drin? Oder sind es die Stiefel allein? Wenn da noch einer drinnen ist, was ist, wenn der noch lebt? Der lebt nimmer. Ja, aber was ist, wenn schon? Was ist, wenn schon? Wenn schon, nachher muss einer von uns zwei da rein. Nein, der ist sicher tot. Das ist so, dass wir uns da mit uns vornehmen sollen.